Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich ein neues Speedbird für euch und zwar werden wir parallel zur Unterwasserinsel auf der zweiten Konsole eine zweite Insel bauen und zwar geht es hier um ein Sommercamp und heute gestalten wir den Eingang. Ihr werdet mitkriegen, ich habe sehr oft sehr lange gebraucht um mich für irgendwas zu entscheiden und ich hatte wirklich Probleme mit dem Aufbau zufrieden zu sein und das kriegt ihr diesmal ziemlich live mit, weil ich diesmal nicht rausschneiden wollte, damit mal alle sehen, dass es nicht so flüssig läuft wie in den meisten Videos zu sehen ist und ich hoffe euch gefällt das Ergebnis und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Bis dahin alles Liebe, Tschüss! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.